Kriminalpolizei, Hände hoch, aber schnell! Sie verkaufen jetzt Puderzucker oder was? Nein, Sie können die Waffe auch wieder runternehmen. Ich bin Undercover-Polizist. Was? Ich bin gerade dabei, eine Riesensache hier aufzudecken und Sie zerstören gerade monatelange Arbeit. Wie bitte? Ich wurde hier eingeschleust, um die Verkaufsmachenschaften der Mafia hier aufzudecken. Und ich bin da auf ein neues System gestoßen. Was soll das für ein neues System sein? Diese Enten hier im Park, die gehören zur Mafia. Das sind die Drogenkuriere. Mafiaenten? Ja, die wurden darauf dressiert, diese Drogen aus dem Teich zu fischen. Und dann? Und dann fliegen die zu einem anderen Park, wo jemand auf sie wartet und diese Drogen entgegennimmt. So ein Blödsinn, habe ich ja noch nie gehört. Sie können es gerne ausprobieren. Laufen Sie einfach am Wasser vorbei und lassen das Päckchen im Wasser fallen. Sie werden sehen, innerhalb von ein paar Sekunden schwimmen die Enten auf sie zu, werden die Drogen rausfischen und sofort wegfliegen. Aha, und dann? Probieren Sie es aus. Okay. Okay. Und nun? Keine einzige Ente interessiert sich für die Drogen. Drogen? Was für Drogen? Ich wurde hier eingeschleust. Warum wurde ich hier eingeschleust? Um ein neues System, der Mafia? Ich bin Undercover-Polizist. Was? Kannst du das nochmal machen? Scheiße. Ich soll die Machenschaften der Verbröselten... Nochmal. Drogen? Was für Drogen? Ja. Ja. Nochmal. Ja.